was geht ab hier ist wieder der netrogamer lian am start und dieses video ist wirklich ein ganz besonderes video denn in diesem video sind noch mal alle highlights und best moments aus dem jahre 2019 zu sehen es ist zwar etwas später gekommen als eigentlich geplant aber ich kann euch wirklich sagen das video und die ganzen clips aus dem gesamten jahr 2019 heraus zu suchen hat echt extrem lange gedauert und wirklich länger als ich gedacht hätte aber dafür würde ich mich umso mehr freuen wenn ihr dieses video an alle euren freunden verwandten und haustieren und ja generell an jeden einzelnen teilen könntet damit das wirklich jeder sieht dieses video denn wirklich ihr könnt mir glauben da steckt sehr sehr viel mühe hinter und bitte bitte schaut dieses video auch komplett bis zum schluss ja das würde mich sehr sehr freuen denn am ende habe ich noch etwas sehr sehr wichtiges zu sagen was an jeden einzelnen gerichtet ist so freunde und jetzt habe ich die clips nach kategorien sortiert und in der ersten kategorie sind die besten granaten kills zu sehen also ich wünsche euch jetzt viel viel spaß mega mega viel spaß bei den highlights und best moments aus 2019 let's go oh mein gott ich habe ein kategorien doppel granaten kill ich bin gerade gegen kann hat die leute wir machen eigentlich ohne laser schwert granaten king oh mein gott oh mein gott lol lol dann nützt ja auch kein laser schwert dann nützt ja auch ein laser schwert nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott let's go was war das denn ich habe einfach nach oben geworfen und dann in die richtung und granaten king granaten king oh mein gott oh mein gott by crazy du bist raus moritz das war's mit dir du bist raus moritz ganz doll raus oh mein gott oh mein gott habe ich mit dir galaten holy shit ich hab auch eine granaten king is on fire ich hab mal einen granaten kick' oh mein gott 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 So Freunde Also die Granatenkills Die waren ja schon mal richtig richtig nice Doch jetzt kommen wir Zu den Sniperkills Viel Spaß, let's go Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Holy shit, was war das denn? Was war das denn? Oh mein Gott Let's go Oh mein Gott Ich hab Julian, heißt du? Julian? Ja, Julian Oh, mit dem war ich gerade erinnert Nix Ja Ich hab Pfff Dogelato 105 Let's go Jetzt geht's aber hier richtig los Hier direkt nicht beim Haus Ja ich Alter Sniperking Ist on Point Wo ist der? Oho, hoho Oh, du Gelatt Hier kannst, hier kannst ja genau ich habe bei der zeit wo die schön drei sniper jetzt alle 33 schüsse drei treffer oh das kommt erst mal fett in die highlight da ist noch ein ne ne oh mein gott nein nein das nein oh mein gott headshot lol das war der headshot let's go ja gewählt oh mein gott 360 nos go oh mein gott kommt es in die highlight oh mein gott die gucke ist in die highlight oh 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 Warum? Ey! Junge! Ah! Boah! CNP! Nein! CNP! Ja! Jo! Junge, treib weiter, ey! Oh! Alter! So, ich hoffe die Sniper-Kills haben euch gefallen und da waren ja einige Headshots dabei und ja, wenn wir schon beim Thema Headshots sind, dann zeige ich euch jetzt die besten Pumpgun-Kills bzw. Pumpgun-Headshots aus 2019. Viel Spaß! Let's go! Ich wohne mal da, wo keiner schwohlen! Hä? Oh, Liam! Mann! Ich war One-Hill, oh mein Gott! Das ist alles voller Fallen gemacht, Mann! Ich soll nicht! Ich hab doch alte Falle flexiert! Das reißt doch so! Oh mein Gott, wie viele Kills hab ich hier gerade? Oh mein Gott, wie viele Kills? Silber! Silber! Was hast du denn in die Banken? Die Kills hier! Ich zieh sie! Ich Junge, hab ich hier gerade viele Kills! Hab Wurzgelackt! Ja, Mann! Ja, Mann! Oh mein Gott, hab ich hier viele Kills, Alter! Ey, ganz da oben! Hab noch einen! 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 Also Freunde, vielen, vielen Dank an jeden, der jetzt noch immer beim Video dabei ist! und die drei Hauptkategorien, einmal Granaten, dann Sniper und Pumpgun, ist jetzt vorbei. Doch das Video ist noch lange nicht zu Ende. Jetzt kommen so generelle Highlights, die auf dem Kanal passiert sind. Es fängt von Anfang an an, also das ist nach Monaten sortiert. Erster Monat, dann zweiter Monat, bis jetzt zum Dezember. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß und denkt dran, am Ende des Videos habe ich noch etwas sehr, sehr Wichtiges zu sagen. Metro Gamer, LP am Start und ja Freunde, wir haben einen neuen Kanal gegründet namens Metro Gamer, wie ich schon gesagt habe. Und ja, L steht einmal für Let's Play, aber andererseits auch für Lian und Phil. Hallo Phil. Hallo, hier ist der Kugel, die Kugel, die Kugel. Boah, ich kämpfe hier drauf. Ich bin auch am Leben, ich kämpfe. Nein, ich bin neben dir. Ich habe 18er Pips. Angst. Da ist ein König drin. Oh, die Kugel. Okay, okay. Jetzt, der ist die Kugel. Der Eiskönig. Was habe ich euch gesagt? Der Eiskönig. Was habe ich gesagt? Der Eiskönig. Der Eiskönig. Phil, da bist du, da ist der Eiskönig. Ich bin da. Ein Drache ist hier. Oha. Wo? Die Penner, komm her. Oh, da ist ein Drache. Ah, Hilfe. Der Eiskönig auch. Oh mein Gott. Guck mal, öffnet die Karte, öffnet die Karte, öffnet die Karte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich gehe noch höher. Oh mein Gott. Bitte mache ich mal hoch. Bitte. Ich muss hier hoch. Ich muss dich einmal sehen in meinem Leben, bitte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Wir wollen keinen Artikel 13. Wir wollen keinen Artikel 13. Wir wollen keinen Artikel 13. Aber ein bisschen lass uns doch runtergehen. Ich bin runtergefallen. Wir fliegen Sachen runtergefallen. Ich habe einen, ich habe einen wieder gestreckt. Echt? Oh mein Gott, aus 165 Metern. Luca, ich war das aber nicht. Nein, ich war das nicht. Ja klar, irgendeiner hat ein Loch gemacht. Nee, ich habe keinen Loch. Ich habe ihn geholt, ich habe ihn geholt. Ich habe ihn geholt, ich habe ihn geholt. Aus 165 Metern. Komm hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 278. Irgendwas hat sich erzählt. Das hat deine Mutter schon gesagt. Ja. Ja, das ist natürlich scheiße. Tut mir leid auf jeden Fall, Luca. Weil, ja, wollte ich nicht. Aber ich wollte euch noch zeigen. Was denn? Was? Nein, nein. Ist das wahr? Nein. Oh, oh, oh. It's a prank. It's a prank. Hab einen. Oh, das ist ein effectively. Oh, das ist ein viel. Oh, ja, oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Okay, okay jetzt Was auf hinter dir Was auf der bot Ja, oh mein gott oh mein gott wie geil Ja, oh mein gott Hallo ist hier wer deutsch? Niemals aufgeben Jungs habt ihr das gehört Wer ist hier deutsch? Ich Ich, 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 ich brah sie hier sonst Das ist alles Wie viele leben noch hier? Niemals aufgeben Jungs Halt, 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 Halt Halt, Halt, Halt Halt, Halt Halt, Halt, Halt Halt, Halt Halt, Halt Junge, der Laser ist real. Alles klar. Junge, ist das dumm. Oh mein Gott, wer war das? Oh mein Gott, wer war das? Ha! Woo! Oh mein Gott. Triple kill mit einer Falle. Triple kill mit einer Falle. Oh mein Gott, fünf geht's. Fünf geht's mit einer Falle. Oh mein Gott. So Leute, ich hoffe wirklich sehr, dass euch die Highlights gefallen haben. Doch, ich muss mich wirklich bei jedem Einzelnen bedanken. Und zwar bei allen, die mich immer unterstützt haben. Jeden einzelnen Tag. Bei allen, die früher schon, also ganz am Anfang des Kanals schon dabei waren und jetzt wirklich immer noch dabei sind nach einem Jahr. Und bei allen neuen Zuschauern, die hier täglich hinzukommen. Und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es jetzt im neuen Jahr 2020 genauso oder vielleicht sogar noch besser weitergeht. Also Freunde, das war's mit dem Video. Wenn ihr mich unterstützen wollt und ja, die allergrößten Ehremänner wie bisher seid, dann könnt ihr meinen Creator-Code MEGAMEISTER13 im Itemshop eintragen. Und an allen neuen auf diesem Kanal, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Jeden Tag kommen hier Videos. Und ja, Freunde, vielen, 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 vielen Dank an jeden Einzelnen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schönen Tag noch. Haut rein. Tschau.